Menschen bauen Häuser. Warum bauen Menschen Häuser? Warum leben sie nicht auf der Straße? Warum bauen Menschen Häuser? Menschen sind schon etwas komisch. Menschen sind schon etwas komisch. Menschen sind schon etwas komisch. Menschen bauen Straßen. Warum bauen Menschen Straßen? Warum bewegen sie sich überhaupt fort? Warum bleiben sie nicht einfach wo sie sind? Menschen sind schon etwas komisch. 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 Menschen müssen schlafen. Warum müssen Menschen schlafen? Warum bleiben sie nicht einfach wach? Warum müssen Menschen schlafen? Menschen sind schon etwas komisch 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 Menschen gehen in Schuhgeschäfte Warum gehen Menschen in Schuhgeschäfte? Warum laufen sie nicht einfach barfuhr? Warum gehen Menschen in Schuhgeschäfte? Menschen sind schon etwas komisch 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 Ja, das war's.